Möchte ich auch in diesem Video kurz die Psychiatriepaten e.V. vorstellen, das ist ein Selbsthilfeverein in Aachen. Wir setzen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten auch sehr für das Wohl von psychisch Besonderem, sag ich mal so, ein. Also wir tun was als Selbstbetroffene in unserer Macht steht und das ist auch sehr schön. Wir haben verschiedene Angebote, also vom PP-Café, wo wir dann Kaffee trinken und reden und uns unterhalten. Dann haben wir dienstags jetzt Spieleabend, Malgruppe und noch verschiedene andere Angebote.